Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, heute kommt wahrscheinlich was, was viele von euch oftmals schon probiert haben, gescheitert sind oder sonst irgendwas. Ich habe selber mehrere Anläufe gebraucht beim ersten Mal. Und zwar geht es heute um Forms. Forms sind ziemlich krass und ziemlich cool. Wir können mit den User irgendwelche Daten ausfüllen lassen und diese Daten dann verarbeiten. Das Verarbeiten funktioniert allerdings ein bisschen komplizierter. Und ja, deswegen zeige ich euch einfach mal, wie das grundlegende Layout so aussieht. Alles klar, fangen wir an und zwar mit dem Tag Form. Das hätte man sich vielleicht denken können. Eine Form ist wie bei einer Liste oder bei einer Tabelle. Wir müssen erstmal sagen, jetzt haben wir hier eine Form und darin kann der User jetzt bitte irgendwas eintragen. Das irgendwas müssen wir aber noch spezifizieren und sagen, okay, ähm, trag mal hier deinen Vornamen ein, Vorname, Doppelpunkt und, ähm, ja, dann sagen wir hinten dran oder unten drunter, äh, je nachdem wie ihr es gerne lieber hättet, sagen wir, wir hätten ein Input gerne, Input. Und, ähm, der Typ des Inputs Type ist gleich ein Text. Das heißt, wir wollen, dass der User hier Text eingibt. Sein Name ist normalerweise ein Text. Ähm, jetzt brauchen wir aber noch was, damit wir später drauf zugreifen können und das ist der Name von diesem Feld. Und hier sagen wir einfach mal Vorname. Okay, das hier ist quasi, äh, das hier ist das, was der User später sieht. Ähm, das ist der Tag dazu, quasi ein Input-Feld. Und das hier bedeutet, ähm, der User kann sehen, was er eingibt, wenn wir hier Passwort eingeben, da komme ich, äh, Password eingeben, da komme ich nachher noch drauf, dann sieht der User nicht, was er da gerade eingibt. Ähm, Vorname, damit greifen wir später drauf zu. Okay, ähm, ja, dann wollen wir eine neue Zeile und sagen hier Nachname. Okay, und im Prinzip genau dasselbe nochmal, wo man den Nachnamen eingeben kann. Nur, dass jetzt hier das Feld Nachname heißen muss. Okay, so, und wenn wir das jetzt ausführen, ähm, dann sehen wir, dass ich noch das von vorhin offen habe. Ähm, logischerweise, jetzt haben wir hier zwei Felder, wo wir eintragen können, zum Beispiel, ähm, The und Morpheus. Okay, ähm, ja, so kann man sozusagen eine Form machen, aber wenn ich jetzt hier Enter drücke, passiert überhaupt nichts. Das heißt, es funktioniert irgendwie noch nicht so wirklich. Ich habe auch noch nichts, wie ich irgendwie was abschicken kann oder sowas. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch mehr. Ja, ähm, ja, aber zunächst einmal noch zu den weiteren Input-Types, wie man das dann tatsächlich dann im Endeffekt macht mit dem Abschicken. Wobei, lasst uns doch das zuerst machen. Ich glaube, das ist für alle interessanter, wenn wir das zuerst machen. Ähm, genau. Also, der Abschick-Button, äh, oder auch Submit-Button oftmals genannt, ist auch ein Input-Type. Input. Und, ähm, zwar Type gleich Submit. Deswegen habe ich vorhin Submit-Button dazu gesagt. Ähm, ja, das war's schon. Einfach so ein Input-Type gleich Submit. Und, ähm, dann könnt ihr hier vielleicht noch irgendwas machen, wie, ähm, Value gleich, äh, keine Ahnung, Click mich. Das ist dann das, was auf dem Button draufsteht. Das Submit-Type dürft ihr hier nicht ändern. Dann, okay, ähm, speichern wir das und laden die Seite neu. Dann sehen wir hier, dass wir einen Button haben mit Click mich. Und, wenn wir das aktualisieren, oder wenn wir, ähm, jetzt hat's das keiner gemacht. Böse. Ähm, will ich natürlich nicht. Ich hab's extra groß gemacht, damit ihr's irgendwie sehen könnt. Ähm, geben wir hier mal irgendwas ein, wie The und Morpheus. So, und jetzt klicken wir hier drauf. Und dann sehen wir, dass wir erstens mal auf derselben Seite wieder landen. Aber hier oben, ich schieb das mal noch ein bisschen tiefer. Hier oben sehen wir Vorname gleich The und Nachname gleich Morpheus. Das bedeutet, wir haben hier den Vornamen, Achtung, das kommt daher, dass unser, ähm, unser Type hier, äh, unser Name von dem Input Vorname war. Deswegen steht jetzt hier oben Vorname gleich The und Nachname gleich Morpheus, weil Nachname war der Name von diesem Feld hier unten. Das liegt nicht an dem hier vorne, Achtung, nicht verwechseln, aus dem ist es hier groß geschrieben. Das liegt da dran, wie ihr die Dinger hier genannt habt. So, ähm, jetzt könnt ihr da drauf zugreifen, auf diese Daten und irgendwas damit machen. Normalerweise macht man da mit PHP was, aber, ähm, ja, das zeige ich euch dann, wenn's soweit ist. Ich möchte euch natürlich, äh, vorher sozusagen alles andere zeigen. Aber, ähm, wenn ihr dann irgendwie mal auf eine andere Seite diese ganzen Daten schicken wollt, dann müsst ihr die angeben und zwar hier oben bei der Form. Da sagt ihr dann, ähm, Action gleich und hier kommt dann rein, ähm, zum Beispiel, ähm, Zielseite meistens.php. Die Zielseite macht dann irgendwas anderes damit, zum Beispiel liest sie die Daten oder verarbeitet sie oder was auch immer, trägt sie in irgendwelche Datenbanken ein. Ähm, dazu würde ich euch dann meine SQL-Videos empfehlen, aber das kommt alles noch, keine Sorge, ähm, ja, ihr habt dann noch haufenweise Zeit. Okay, und die Method, jetzt die Method ist relativ kompliziert, vor allem, wenn man sich nicht sicher ist, was soll ich benutzen. Ähm, das was wir gesehen haben hier oben, das, ähm, also das hier oben sozusagen alles dargestellt wird, ich meine, das kann ja jeder dann hier rauslesen. Da würde natürlich, wenn ich jetzt hier, äh, ich mach das gerade nochmal weg, dann sehen wir, was ich meine. Wenn ich hier oben meinen Namen als Passwort markiere und diese Seite neu lade, Sekunde, so, neu laden und jetzt tippe ich hier irgendwas ein, dann sehen wir, dass es ein Passwortfeld ist. Und hier habe ich jetzt immer noch die Möglichkeit irgendwas einzugeben und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sehen wir das Vorname gleich und dann kommt hier der Klartext. Das ist natürlich absolut furchtbar, also für ein Passwort nicht in Ordnung, ähm, auf keinem Ast, äh, die Zielseite.php wird übrigens natürlich nicht gefunden, deswegen gerade der Error. Aber um was es geht ist, dass ich hier vorne trotz Passwort, ähm, also sprich ich decke das Ganze ab hier durch dieses Passwort, ähm, aber ich kann es nachher im oberen Feld immer noch perfekt auslesen. Das geht natürlich gar nicht. Und wenn ihr ein Passwort oder sowas, also sensitive Daten, irgendwas, was der User vielleicht, äh, verheimlichen möchte, habt, dann müsst ihr hier als Method immer Post benutzen. Ähm, Post verschleiert das sozusagen, ähm, und man sieht hier oben nichts, das heißt, übrigens bei einem Passwortfeld wird das hier oben auch immer gelöscht. Jetzt kann ich hier irgendwas eingeben und die Zielseite.php wird aufgerufen, aber hier oben ist es nicht mehr da. Das ist die Post-Methode. Die Methode, die wir bisher benutzt haben, war Get, ähm, da müsst ihr dann hier nicht mal was eingeben, das ist die Standard-Methode. Get, äh, schreibt einfach oben in die Adresszeile alles rein. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Suchanfragen oder sowas habt, schreibt ihr hier einfach Get rein oder lasst es leer. Wenn ihr irgendwelche User-Daten habt, dann auf jeden Fall Post benutzen. Sonst kommen sich die User so ein bisschen verarscht vor, wenn sie plötzlich ihr Passwort oben im Klartext in der Suchleiste finden. Ähm, was natürlich, ja, irgendwie verständlich ist. Okay, kommen wir aber natürlich jetzt noch zu ein paar anderen Sachen. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier einfach noch so ein Feld mit einem Passwort, dann haben wir den Teil schon mal abgehackt. Ja, ich möchte euch nämlich am Schluss eine Form zeigen, die sozusagen jeden Typ so ein bisschen benutzt. Ähm, Name ist gleich Passwort hier. Und ich lasse oben die Method auf Get, damit wir nachher alles sehen können, wenn ich die Seite irgendwie abschicke oder sowas. Die Zielseite mache ich jetzt auch mal wieder raus. Wenn man die Zielseite rauslässt, dann ist einfach die aktuelle Seite die Zielseite. Das heißt, es werden alle Daten einfach wieder zurückgeschickt an diese Seite, die gerade offen ist. Sprich, ihr müsst hier irgendwo auch noch diese ganzen Daten verarbeiten. Okay. Ähm, ja. Ja, als weiteren Input-Type hat man den Radio-Button, ähm, der kommt normalerweise, alles kommt normalerweise über den Submit-Button. Der kommt normalerweise ganz unten hin, hat sich irgendwie so eingebürgert, macht auch irgendwie Sinn. Ähm, Input-Type gleich Radio. So, Radio-Buttons, äh, sind ziemlich komische Dinge, ähm, die, äh, die werden sozusagen nach dem Namen hier kategorisiert, also zusammengepackt. Ich nehme jetzt einfach mal das Geschlecht dafür. Geschlecht. So, ähm, Value gleich. Okay, das ist jetzt wichtig. Ähm, wir brauchen jedes Mal verschiedene Values und der Name von dem Radio-Button muss derselbe sein. Ich zeige es euch gerade mal. Zum Beispiel, ich schreibe hier einfach mal nur ein M für männlichen. Ähm, dann packen wir oben drüber, logischerweise, damit die Frauen sich nicht vernachlässigt vorkommen, ein F hin. Und, äh, unten drunter, damit wir auch wirklich alle haben, packen wir ein, äh, N für neutral rein oder sowas. So, ähm, und wenn ich jetzt noch eine weitere, äh, Checkbox einfüge und hier den Namen vielleicht ändere, zum Beispiel irgendwas. Und hier dann einen Value eintrage, der auch irgendwas ist. So, wenn ich jetzt das hier aktualisiere, dann sehen wir, äh, dass wir aktuell nichts sehen. So, ähm, wir haben hier die Möglichkeit, vier verschiedene Buttons anzuklicken. Aber Achtung, der letzte hier, den kann ich alleine anklicken. Wenn ich ihn anklick, kriege ich ihn noch nicht mehr an, weggeklickt. Also ihr kennt es hier, wenn ich hier Buttons auswählen möchte, ähm, dann kann ich mich hier entscheiden, hätte ich gerne den ersten, den zweiten oder den dritten. Aber den vierten, da muss ich den vierten nehmen und hab schon verkackt. Das liegt daran, dass hier der Name irgendwas ist. Es unterscheidet sozusagen, ähm, entweder das erste mit dem Namen Geschlecht oder das zweite mit dem Namen Geschlecht oder das dritte mit dem Namen Geschlecht. So, oder das vierte mit dem Namen Geschlecht, aber das haben wir nicht mehr, ähm, hier haben wir irgendwas und da sagt es jetzt natürlich, entweder das erste mit Name irgendwas oder das zweite. Aber da es nur das erste gibt, haben wir nur die Möglichkeit, aufs erste drauf zu klicken und dann war es das aber auch schon. Der Value hier hinten dran, ähm, den sehen wir hier aktuell gar nicht. Also ich mach jetzt mal wieder so, wie man es normal machen würde. Äh, hier sehen wir nichts. Aber wenn ich jetzt hier auf Klick mich gehe, dann sehen wir hier Geschlecht gleich F. Das heißt, das ist das, was nachher hier oben steht. Naja, das bringt uns recht wenig. Ähm, wir haben hier eigentlich nichts, wo wir irgendwie ablesen können, was hier so passiert. Ähm, das liegt auch teilweise an dem Browser. Je nachdem, welchen Browser ihr habt, ähm, seht ihr was oder seht ihr nichts. Ich mach jetzt hier überall mal noch ein BR hinten dran. Und dann schauen wir weiter. Okay. Gut. So, wir sehen immer noch, dass wir nichts sehen, aber ich hab immerhin die Möglichkeit, hier irgendwas zu machen. Und das heißt, wir müssen es vorne dran wieder schreiben. Ähm, ja, oder hinten dran, je nachdem, wie ihr es lieber habt. Äh, weiblich. Männlich. Und Achtung, ihr wisst, dass dieses Ä gleich falsch dargestellt wird. Anderes. So. So, das Ä wird wieder falsch dargestellt. Dazu kommen wir dann, wenn es um die Meta-Tags oben geht, ähm, wie man das richtig darstellen kann. Oder ihr kennt auch schon mit diesem und, ähm, und A-Umlaut und dann ein Semikolon hinten dran. Dann wird es auch richtig dargestellt. So, und jetzt hab ich die Möglichkeit, entweder ich klicke auf den ersten Button, den zweiten oder den dritten, aber ich kann nicht zwei auf einmal anwählen. Das funktioniert nicht. Gut, das ist der Sinn dahinter. Ähm, ja, es gibt noch viel, viel mehr von den Dingern. Und, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt schon wieder sind, aber ich glaube, ich mach noch ein bisschen was. Ja, zumindest die Standardtypen solltet ihr vielleicht noch kennen. Ähm, es gibt seit HTML5, und das machen wir ja hier gerade, gibt es ein paar neue Typen, ähm, die möchte ich euch dann im nächsten Video vielleicht zeigen. So. Also, wir machen hier noch einen weiteren Input-Typen, ähm, Input-Type, ups, gleich. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine Checkbox auszuwählen. Checkboxen, kennt ihr, sind so ähnlich wie Radio-Buttons. Ähm, sagen wir hier einfach Checkbox. Fertig. Und jetzt sagen wir hier Name gleich irgendwas. Ähm, der Name sollte jetzt, Achtung, ähm, eindeutig sein. Also nicht wie hier oben, dass ihr mehrere auswählen könnt, sondern wir sollten hier schauen, dass wir einen eindeutigen Namen haben. Zum Beispiel, ähm, 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 kann HTML. Okay. Ähm, und ja, Value gleich, ähm, ja, kann's oder sowas. Was weiß ich. Und hinten dran schreiben wir dann einfach wieder, äh, ich kann HTML. Okay, so, wenn ich jetzt hier noch weiteres, äh, Ding einfüge, das quasi äquivalent dazu ist, so, ups, ähm, und dann hier CSS reinschreiben und kann CSS. Hier, wie gesagt, nur eins auswählen. Ähm, der Value sollte sich auch unterscheiden, sonst können wir nachher damit, wobei wir können eigentlich was damit anfangen. Ähm, wir können ja auch einfach True oder sowas reinschreiben für die Leute, die, äh, keine Ahnung, anderen Programmiersprachen können. True ist, äh, der Wahrheitswert, dass es wahr ist, wie der Name auch schon sagt. Okay, ähm, wenn ich das jetzt aktualisiere, dann sehen wir, dass bei der Checkbox hier vorne so ein eckiges Kästchen kommt. Und ich kann hier Ja machen oder ich kann es auch wieder raus machen. Ähm, das heißt, ich kann mich hier aber auch für beide entscheiden. Ich kann mich für keins entscheiden oder ich kann mich auch nur für eins entscheiden, wie ich möchte. Ähm, ja, und wenn ich dann hier draufklicke, dann steht hier HTML gleich True, kann CSS auch gleich True. Wenn ich das raus mache hier, dann sehen wir, dass kann CSS einfach weg ist und kann HTML ist auf True gesetzt. Okay, genau, und, ähm, bei der Checkbox hier sehen wir übrigens auch, dass die nicht ausgefüllt wurde. Das heißt, wir haben eventuell nicht alle Möglichkeiten hier drauf zu drücken. Also, das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann sehen wir hier, dass es Geschlecht M noch dazu kam. Aber, wenn ich das weglasse, dann ist es einfach, pschuh, leer. Ja, ähm, genau. Okay, ähm, dann noch der Button. Ähm, der Button ist so ähnlich wie der Submit Button, nur, dass der noch teilweise ein bisschen mehr kann. Ähm, dass der nicht nur submitten kann, sondern auch, äh, ja, irgendwelche Aktionen ausführen. Das wird vor allem interessant, wenn wir JavaScript können. Type gleich Button, wer hätte es gedacht. Und dann sagen wir hier On. Und hier haben wir schon einen Haufen Möglichkeiten, ähm, zu den Events hier, wie die heißen, komme ich noch genauer. Wir nehmen jetzt einfach mal das On Click. Da wird es noch, äh, Spezialvideos dazu geben, weil da kann man echt viel mitmachen. Ähm, On Click. Und hier kann man jetzt, äh, irgendwas einfügen, wie zum Beispiel Alert. Und, äh, dann Hi da draußen. So, und Value ist dann wieder das, was auf dem Button draufsteht. Value, Click, mich, Button. Okay. So, und jetzt haben wir hier einen Click, mich, Button. Wenn ich drauf drücke, dann kommt hier ein, ähm, ein Alert. Und der zeigt mir einen Hi da draußen. Ja, so Sachen kann man mit Buttons machen. Die haben im Prinzip nicht so wirklich was mit dem Eingabetyp hier zu tun, ähm, weil sie ja nicht wirklich die Möglichkeit bieten, dass der User irgendwas eingibt. Okay, ähm, ja, zu den anderen Typen, die neuen HTML5 sind, da kommen wir dann nächstes Video drauf. Ich glaube, für heute reicht es mal und damit wünsche ich euch was. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.